Willkommen zu den heutigen VB-News. Stan Lee erscheint als Collectible auf der VB-App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall alle Comic-Con-Exklusive-Collectives an, die jetzt zur San Diego Comic-Con droppen mit wirklich sehr, sehr interessanten Drops mit dabei. Unter anderem schauen wir uns nochmal das Thema Payout an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein VB-UGB, mit den wichtigsten VB-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute wirklich mit einer Menge, Menge super cooler Drops mit dabei. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt ans Video. Wenn du in Zukunft keine weiteren Drops verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Channel. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle als allererstes mit einer der coolsten Drops, meiner Meinung nach jedenfalls, die wir bis jetzt auch VB gesehen haben. Und zwar sehen wir nämlich Stan Lee als Collectible auf der VB-App. Und meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr cooler Drop und auch interessant auf jeden Fall für Stan Lee selber. Er ist ja leider verstorben. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall hier meiner Meinung nach eine sehr, sehr coole Sache. Und zwar sehen wir nämlich den Drop auch schon heute um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Natürlich im Blindbox-Waitlist-Format mit insgesamt vier Collectibles. Und ich würde sagen, die schauen wir uns auf jeden Fall direkt einmal an. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, das hat nichts mit Marvel zu tun, sondern mit Stan Lee Universe. Das ist im Prinzip eine eigenständige Brand, unabhängig an dieser Stelle von Marvel. Und ich würde sagen, dementsprechend schauen wir uns auf jeden Fall auch direkt mal an. Hier sehen wir auch schon das erste Collectible. An dieser Stelle blendet der Hintergrund aus. Hier ist im Prinzip das gesamte Collectible, der Amazing Stan Lee, mit ihm selber dran. Als Ankommen sehen wir das Ganze hier. Wir haben hier einen Listenpreis pro Box von 15 Gems, was meiner Meinung nach wirklich ein sehr vieler Preis ist. Unter anderem haben wir hier eine Editionzahl von 2922 Stück. Als nächstes haben wir ihn dann als Rare hier auf einem Thron sitzen. Das Ganze natürlich hier wieder mit einem Listenpreis von 15 Gems und eine Editionzahl von 2400 Stück. Natürlich auch eine First Appearance. Ansonsten haben wir hier als nächstes ihn nochmal als Ultra Rare. Hier mit einer Editionauflage von 1922 Stück. Und als letztes haben wir dann hier auf jeden Fall ihn nochmal als Secret Rare. Hier sogar mit einer Sprechblase. Das ist übrigens dazu. Das ist jetzt nicht nur eingeblendet. Unter anderem haben wir hier dann eine Editionauflage von 1050 Stück. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Job. Ich persönlich werde ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil der Job an sich mit dem Listenpreis sehr, sehr interessant ist. Unter anderem ist es Stan Lee mit einer der bekanntesten Comiczeichner und auch Creator im Marvel-Universum. Und dementsprechend für mich ein absolutes Muss, diesen Job mitzunehmen. Ob das eventuell unter Droppreis gehen könnte oder nicht, kann ich euch persönlich nicht sagen. Ich könnte es mir bei auf jeden Fall den ersten zwei Ereignen vorstellen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein Job, den ich persönlich jedenfalls haben muss. Ansonsten noch zu einer kurzen Ankündigung. Und zwar bin ich nämlich am Mittwoch um 19.30 Uhr deutscher Zeit beim Bibi-Versum wieder zu Gast. Unter anderem werden wir dort auf jeden Fall auch nochmal undervaluete Collectibles besprechen, die aus unserer Meinung nach jedenfalls sehr undervalued zum momentanen Zeitpunkt sind. Schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns im Zuge der San Diego Comic-Con auch gleich mal die Exclusive Collectibles an, die wir hier sehen werden. Alle Drops werden an dieser Stelle um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Den ersten Drop sehen wir am Mittwoch. Und das wird an dieser Stelle hier ein Secret Rare Build sein. Und zwar nämlich mit Avengers Happy Birthday 60. Also zum 60. Geburtstag jedenfalls hier von den Avengers. Das Ganze wird einen Listenpreis von 30 Gems haben und eine Editionzahl von 1160 Stück. Unter anderem haben wir dann als nächsten Drop einen Tag später am 20. Juli hier Adam Warlock. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr interessanter Mighty aus Guardians of the Galaxy. Auch meiner Meinung nach sieht das sehr, sehr cool aus. Hier wird der ganze Listenpreis 13 Gems betragen und eine Editionzahl von 1600 Stück haben. Für mich persönlich jedenfalls ein sehr, sehr spannender Drop und ich werde ihn auch definitiv mitnehmen, weil wir hier nicht so eine hohe D-Schnauflage haben. Wir haben hier tatsächlich auch, fällt mir gerade mal auf, eine Ultra Rare eigentlich als Rarität. Das ist aber als Secret Rare gelistet. Ich denke mal, es wird aber tatsächlich eine Ultra bleiben. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall, die Rarität ist an dieser Stelle schon wichtig. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachforschen und dann vielleicht im nächsten Video ein Update geben können. Aber auf jeden Fall hier als First Appearance nichtsdestotrotz ziemlich interessant. Als nächsten Drop haben wir dann ein Comic und das wird nämlich einen Tag später, das heißt am Freitag, droppen. Und hier sehen wir dann nämlich an Kenny X-Men 137 mit einmal diesem Cover, mit exklusiven Rare, natürlich wie auch Ultra-Cover. Mir persönlich gefällt die Secret Rare hier wirklich extrem gut. Schreibt deine Meinung nach, könnt ihr euch mal sehr gerne unten in die Kommentare, wie du das Cover hier findest. Aber meiner Meinung nach wirklich mit einer der besten Secret Rare Cover, die wir bis jetzt überhaupt haben. Hier natürlich auch wieder ein Listenpreis von 10 Gems, nicht 7 Gems, sondern diesmal 10 Gems. Und eine Edition-Ablage von 10.000 Stück. Außerdem das Comic of Go Collect ist ja nicht gerade teuer, muss man ganz klar sagen. 9.8 hier gerade mal 1.150. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir haben es hier mit 553 Editions zu tun, die wir sozusagen gegradet haben auf diesem Grade. Dementsprechend sind 1.150 hier gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich aber die weiteren Grades anschaut, dann sieht man doch ja, also wirklich viel Nachfrage ist hier jedenfalls nicht da. Aber ich werde trotzdem den Job wahrscheinlich mitnehmen, weil ich einfach den Secret Rare eventuell bekommen möchte, weil mir der einfach wirklich extrem gut gefällt. Als nächstes Collectable haben wir hier dann Spider-Ham und das Ganze wird eine Altraire sein. Unter anderem haben wir hier einen Listenpreis von 40 Gems und eine Edition-Ablage von 1.800 Stück. Außerdem eine First Appearance. Und hier handelt es sich tatsächlich um Peter Parker und das ist aus einem Paralleluniversum sozusagen hier Spider-Man. Ich persönlich finde das jedenfalls sehr, sehr interessant und auch cool. Ist mal ein bisschen was anderes tatsächlich und ich denke auch, dass wir in Zukunft noch weitere Versionen von Spider-Man sehen werden. Vielleicht nicht unbedingt diese Variante nochmal, aber auf jeden Fall weitere Varianten. Schreib du mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, wo du so eine Art von Collectables findest. Ansonsten kommen wir zu einer der coolsten Collectables dieses gesamten Events. Und zwar nämlich einer weiteren Iron Man Version und zwar nämlich animiert und mit Sound und das Ganze noch als Rare. Ich werde euch an dieser Stelle mal ganz kurz hier die Animation mit Sound einblenden. An dieser Stelle ist es tatsächlich nicht die First Appearance von Iron Man, die wir sehen werden. Wir haben nämlich tatsächlich ja schon auch den Golden Moment dazu gesehen. Und dementsprechend, wie ihr auch hier seht, keine First Appearance. Trotzdem wird das ganze Collectable am Sonntag um 17.00 zur Zeit droppen. Mit einem Listenpreis von 60 Gems und ein Editionauflager von 3555 Stück. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, aber trotzdem für dieses Collectable wirklich sehr, sehr cool. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das gehen wird. Ich kann mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass das Ganze unter Droppreis landen wird, weil einfach es keine First Appearance ist und viele Leute wahrscheinlich dementsprechend das Ganze zwar kaufen werden, weil sie es cool finden, aber im Endeffekt trotzdem unter Droppreis landen wird. Dementsprechend für mich kein Kaufwert. Ich werde es aber auf dem Marktplatz definitiv kaufen, da mir einfach die Animation und auch der Sound und auch die Grafik an sich hier wirklich extrem gut gefällt. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu Payout. Und hier gibt es auf jeden Fall auch weitere positive Entwicklungen, wie hier zum Beispiel an dem Screenshot. Wie ihr sehen könnt, gab es auf jeden Fall auch hier bei einem Freund von mir auch wiederum ein Whitelist, Dementsprechend das Payout-Beta geht auf jeden Fall voran und meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Zeichen, wenn hier auf jeden Fall das Ganze nicht am Stoppen ist, sondern Leute kontinuierlich eingeladen werden. Dementsprechend meine Prediction ist hier auf jeden Fall, dass wir im nächsten Monat das Ganze dann auch wirklich komplett public sehen sollten, wieder für alle Leute verfügbar, wenn nicht noch irgendwelche gravierenden Fehler im System entdeckt werden. Aber meiner Meinung nach hier auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, was das Thema Payout angeht und für alle Leute, die auf jeden Fall das Ganze auch nutzen wollen. Und ansonsten war es dann an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.